Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu New Pokémon Snap. Jawohl, wir sind hier wieder im Basiscamp und wir haben heute ja zwei Level 3 Missionen vor uns. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Ich würde sagen, wir starten aber direkt rein. Nicht wundern, wir spielen heute ohne Kamera. Diese Aufnahme-Session geht leider nicht anders. Müssen wir mal kurz verzichten. Genau, pass auf, Park-Tag-Level 3. Freue ich mich richtig drauf. Bin gespannt, wie zutraulich die Burg immer sind. Ab der kommenden Aufnahme-Session haben wir wieder Kameraden oder sie bescheidt was. Ui, guck mal, wer da auf uns wartet. Können wir nachher eklern nochmal machen. Okay, das ist Bizarre auf dem achten. Hopplo! Das war ein bisschen zu schnell, mein Kleiner. Ja, ihr Morgue erwischt. Ich hab sie dir. Scaraborn! Ich hab sie dir. Ich hab sie dir. Hallo, ihr beiden. Dory, hallo? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, dann schlägt die auf. Okay, dann schlägt die Uhr. Okay, dann schlägt die Uhr. das ist schade das ist schade müssen wir fast noch mal machen und so viele fotos gemacht das ding ausgelaufen ist es ist schade drei stelle drei stelle wir haben kein vier sterne foto von jim pep das ist schade pichu ein einsternfoto von pichu nehmen wir das da aber die anderen fotos die wir haben von ihm sind gut bisophank dodri mit vier stelle fotos wir schauen uns das anbieter das war ich schwalbini schade skarabon drei stelle foto von skarabon und zwei stelle foto da ist ihr molk einfach mal richtig fett reingeflogen schade zwei stelle foto von skarabon passt pico lente braunkel imolga hoplo und hut hut ok passt wir müssen die runde eh nochmal machen weil wir jetzt hier viele sachen von nicht fotografiert haben weil wir es gar nicht wussten dass die kommen die zwei das ist schon das ist eine spezielle freundschaft pichu wir sehen uns gleich mal diese funk halt kurz zum des da doudri vivillon naja herauskommt Das kritisieren wir überhaupt nicht. Dann nehmen wir Imolga, klar. Pekulente. Scaraborn ist neu, jawoll. Zwei-Stände-Foto. So, das war das Letzte. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine Tour. Und dann haben wir nachher noch die Nacht-Tour. Ist ganz gut, 14.000 Punkte ist gut. Ja, kriegen wir hier natürlich wieder Übermacht den Meister. Wir haben es zum ersten Mal geschafft, dass wir alle Fotos verballert haben. Das ist nicht schon krass? Hallo, ihr zwei. So, diese müssen wir auf Pichu konzentrieren. Oh, fuck it. Strecke neu starten. Was war das denn jetzt für eine Kacke? Die kann ich da abdrücken, jetzt da. What the fuck? Ja. Ist alles bisschen langsam gerade. Das ist nicht so cool. Also das ist... Rechts geht fast gar nichts mehr gerade. Ich habe richtig Probleme mit rechts. Links kann ich lenken, problemlos. Aber er macht keine Fotos. Oder ist sehr verspätet erst leider. Weiß Gott, warum. Schönes Blüffeln im Volga. Toll. Jetzt den Apfel. Und fällt... Er macht kein Foto. Mach halt ein Foto. Alter. Wetter. 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 Okay, läuft hier hinter. Hopplo ist da. Haben wir wieder verpasst. Hopplo. Hier, jetzt dreht sich die Kamera einfach weiter, ohne dass ich was machen kann. Oh, das nervt mich brutalst. Dreh dich Kamera. Oh, das geht gar nicht. Ich muss, glaube ich, ich muss schauen, dass ich einen neuen Ding kriege. Äh, neuen, rechten Joy, Joystick, äh, Joypad. Wenn sich der die ganze Zeit von alleine dreht, das ist beschissen. Das ist richtig kacke. Hier, ich will ein Foto von Hopplo machen. Er macht aber keine Fotos. Ich kann spellmen ohne Ende. Es passiert gar nichts. Das ist so ärgerlich. Ohne Witz. Das ist so ärgerlich. Alter. Der Menü funktioniert jetzt ja wieder normal. Das ist so ärgerlich. Das ist wirklich so ärgerlich. Oh, Pichu springend ist nur ein Stern. Okay, das ist schade. Es ist auch nur ein Stern. Ach, komm. Das kann ich... Ja, kein Foto gemacht. Ach, für ein Ding kein Foto gemacht. Das ist echt. Das kann nicht wahr sein. Hopplo Einsteuer. Zwei Sterns Gabon haben wir schon. Zangolos. Vier Sterne haben wir nicht hingekriegt. Nope. Nur drei Sternen. Jimpep. Prodreh nehmen wir einfach das und wir kriegen. Pikulente. Vier Sterne. Ein fliegendes Pikulente. Tauos. Spalpini ist okay. Swarones. Wo kann man die anklicken? Okay. Ach ja. Vlogges. Und zwei Sterne Foto. Okay, passt. Schade. Das ist echt schade. Ich werde mich entscheiden, dass wir die Runde nochmal machen. Und die Nacht machen wir das dann beim nächsten Mal. Weil ich es gerne so hätte, dass wir das nach Möglichkeit hinbekommen, die Fotos so zu machen, wie wir sie haben wollen. Und dazu zählt auch, dass wir von Hopplo jetzt noch ein schönes Foto hinkriegen, wenn es uns anschaut direkt. Nice work. Das ist ein exaktes Fuchs durchrichtig. Perfect timing. Perfect timing. Nice work. Nice work. Great timing. Nice work. Okay, es ist so einfach. Hier geht problemlos die Taste. Und dann, wenn du im Spiel drin bist, geht es nicht. Das ist nervig. Das geht gar nicht. So. Hier. Ich bin gerade echt am überlegen. Aber ich habe keinen Controller oder so. Ich habe keinen Controller, aber der ist dem Tiefen nicht voll. Das ist das Problem. Das geht nicht. Achtung! Achtung! Hopplo! Wie er wohl ein saueriges Foto hinkriegt, so wie ich es wollte. Und wieder geht es nicht! Es ist unfassbar! Das könnte ein 4-Sterne-Move sein. Das war's! Sorry Pichu! Oh, das ist nur Apfel! Oh! 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 Reo Naturpark, äh, Chimpep, nehmen wir das da, Pichu, kriegt so mehr Punkte, das ist aber cuter, wir bleiben bei dem, Vivillon hat mehr Punkte, wir bleiben trotzdem bei dem, Hopplo hat mehr Punkte, wir bleiben bei dem, Dodri, wir bleiben bei dem, Skavon, jawohl, das ist neu, da haben wir drei Sterne so mit, Swarones, bleiben wir hier, Pikulente, ne, Pikulente, nehmen wir das da, schöner Florgäst, jawohl, komplett, Schwalbini, super, so, dann können wir uns jetzt konzentrieren auf, in der nächsten Folge auf unsere Nachterforschung hier vom Florian Naturpark, was schon Maximallevel ist, by the way. Zum Basiscamp, damit lage ich mich hier fürs Zuschauen bei euch, ja, und dann springen wir in die nächste Folge über, sobald wir die Möglichkeit dazu haben, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.